Wir haben ein Lifehack. Irgendein Messer, was in eine Tomate reinschneidet. Und wir gucken uns das mal an. Das geht nicht. Fächerscheibe. Uh, nicht so cool. Ja. Nein, ich muss es nicht selber bauen. Dankeschön. Das wird nicht, das wird nicht, das wird nicht geworfen. Stopp, ich gehe hier weg. Das wird nicht geworfen. So, bin ich mal gespannt. Ist nicht so geil fürs Bohrfutter, ich weiß. Also da geht gar nichts. Es ist auf jeden Fall besser als vorher. Es ist viel besser als vorher. Ja, aber nicht so ganz, ganz. Ganz ehrlich, um so ein richtig olles Messer, was mal richtig runter ist, mal wieder ein bisschen auf Vordermann zu kriegen, ist das vielleicht eine ganz coole Idee. Ein bisschen gefährlich ist es. Deswegen, ich gebe dem Ganzen 7 von 10 Punkten. Vielleicht ganz nice, aber nichts geht über den Handschliff. Also, ciao.